Hi, ich bin Aju. Ich mache eine Mischung aus Pop, Trippop und R'n'B mit Beats-Einschlägen. Auf das Showcase der GEMA bin ich, glaube ich, über Facebook aufmerksam geworden. Und habe mich dann daraufhin beworben. Ich habe mich tierisch darüber gefreut, als ich erfahren habe, dass ich hier spielen darf, weil es eine super tolle Chance ist und ich auch schon immer mal auf dem Kreperbahn Festival spielen wollte. Letzten Freitag am 13. September ist meine neue Single Striking Matches erschienen. Darin geht es um eine toxische Beziehung und wie man sich daraus befreien kann. Es ist aber Interpretationssache, ob es eine freundschaftliche Beziehung ist oder eine Liebesbeziehung. Die werde ich heute zum allerersten Mal live spielen, also Weltpremiere sozusagen. Ich finde es super toll, dass ich die Chance habe, auch auf einem Panel hier auf dem Kreperbahn Festival zu sprechen, weil ich generell finde, dass viel zu wenig Frauen nach wie vor auf so Panels auch vertreten sind, wie aber auch auf Bühnen. Und ich finde es natürlich super, wenn ich da eine der Frauen sein darf, die da in diese Rolle schlepfen dürfen, um andere Frauen auch noch mehr dazu zu motivieren, da auch präsent sein zu können. Lachen.... случiert ... Hier ist die Tür z Nevertheless, dir ist eine ganze Zeit zu ihr. Gn Bzwen Sie und der Hand, Sie mars NatATE AGF groups! Gratisabe Häuser, Heter zu aktuellen, Kein Bzwen Sie zu verlieren zu wissen.